Dieses Webinar bietet Ihnen die Möglichkeit, sich zeitlich flexibel, ganz bequem von zu Hause oder Ihrem Arbeitsplatz aus umfassend zur interpersonellen Psychotherapie fortzubilden. Unser Webinar dauert ca. 3,5 Stunden und Sie erhalten eine Teilnahmebescheinigung mit Fortbildungspunkten. Unser Webinar besteht aus Vorträgen, Übungen und anschaulichen Demonstrationsvideos. Hier können Sie sich einen Eindruck über die verschiedenen Bausteine verschaffen. Ich begrüße Sie herzlich zum Webinar zur interpersonellen Psychotherapie und möchte mich bereits an dieser Stelle bei allen Kollegen bedanken, die zur Erstellung des Webinars beigetragen haben. Was erwartet Sie heute? Es wird zunächst eine Einführung gegeben, bei der auch das Rationale der IPT sowie der theoretische und empirische Hintergrund kurz vermittelt werden. Hier nochmal zur Erinnerung. Unsere Foki waren Rollenwechsel, interpersonelle Konflikte, Trauer, soziale Defizite und Arbeitsstress. Das hört sich ja so an, als Sie haben jetzt so gesagt, das macht Sie traurig, diese Entwicklung, aber auch wütend. Weil die machen ja so jetzt ihr Ding weiter und Sie sitzen jetzt irgendwie erst mal in der Sackgasse und sind depressiv. Ich habe mir das noch nie so angeschaut, aber genau so ist es. Sie erhalten Instruktionen zu den Übungen und dazugehörige Arbeitsblätter sowie umfangreiche Handouts. Ja, vielleicht können wir jetzt die kurze Übung auflösen. Die Brüder befinden sich in einer Sackgasse. Ja, das war also der letzte Fokus und damit ist auch das Webinar zu Ende. Am Ende des Webinars haben Sie die Möglichkeit, an einem kurzen Wissenstest teilzunehmen und sich so Ihre Fortbildungspunkte zu sichern. Die Deutsche Gesellschaft für Interpersonelle Psychotherapie erkennt diese Punkte für die Zertifizierung als IPT-Therapeut an. Weitere Informationen zur Zertifizierung als IPT-Therapeut finden Sie unter www.dg-ipt.de Dieses und weitere Webinare und Fortbildungen können Sie auf unserer Homepage unter www.ffap.eu buchen.